So, da bin ich wieder. Hat ein bisschen länger gedauert heute, ich musste mir meinen Kaffee noch organisieren. Eine Sache vorab, leider kann ich aktuell noch nicht regelmäßig streamen. Ja, das wird sich denke ich noch ergeben. Im Moment geht es leider noch nicht. Das ist wie beim letzten Mal, ich habe leider keine Möglichkeit jetzt groß das Spiel... Also ich bin erstmal nur eine Stunde online, das ist schon mal das Erste. Und das andere ist, habe ich im Moment nicht die Möglichkeit, jetzt den Chat zu lesen, wenn wir am Spielen sind. Wir sollten aber jetzt zumindest Sound haben inzwischen. Das funktioniert, ich rede halt auch ein bisschen leiser heute, weil ich ja nicht unbedingt immer auffallen möchte, wenn ich in Hotels bin. Vorab noch zwei Kleinigkeiten in eigener Sache. Ich mache ja mittlerweile wieder Pup, auf Pup, habe ich ein paar Videos hochgeladen. Ich kann euch natürlich keinen Link verposten. Im Discord habe ich euch einen Link gepostet zu meinem Discord-Account. Äh, zu meinem Pup-Account. H-Account, Original umschauen. Mein Account ist aber auch verifiziert. Einfach mal auf, hab gucken nach Brachenlord offiziell. Hat auch einen blauen Verifizierungshaken, hat einen Banner drin, hat ein Bild drin. Man erkennt mich, hat mehrere Videos, mehrere Bilder drinnen, für Fan-Only. Das heißt, für kostenpflichtige Mitglieder, so wie hier auf YouTube. Jetzt auch extra inklusive eigenen Inhalts. Teilweise alte Videos, teilweise neue Sachen. Eigentlich hatte ich geplant, das hier gar nicht auf YouTube-Gos zu veröffentlichen oder Gos drüber zu reden oder so. Aber gedacht, hey, was soll's drauf geschissen. Jetzt werde ich das halt extra nochmal erwähnen. So, so, irgendjemand schreibt mir gerade schon wieder. So, Dreamwheel Overlock. War ja absehbar. Das war ja irgendwie dumm. Richtig dumm gewesen. An die Mods, solche Vollpfostenbeleidigungen dürft ihr heute raushauen, wenn die kostenpflichtig sind. Weil sowas brauchen wir definitiv nicht. Und solche Bilder, die total daneben sind, dürft ihr auch raushauen. Also, sowas brauchen wir hier nicht. Das hat mit YouTube nichts zu tun. Habe ich jetzt eigentlich das... Hä? Wieso habe ich jetzt den Frisch drin? Ich hoffe, er war jetzt so die ganze Zeit zu sehen. Alles Veganer hier, oder was? Gehen alle nicht auf Fleisch? Wir haben jetzt wieder ein paar Leute mehr. Ich habe jetzt noch einmal. Wir haben... Ich habe mittlerweile auch einen App-Account. Wieder mal. Da könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr Bock habt. Wie gesagt, der Kanal heißt Drachenlord offiziell und hat einen blauen Haken und ist ein Model-Account. Also, man erkennt ihn definitiv. Ich freue mich schon drauf, die erste legendäre Waffe zu bekommen. Legendäre Waffen sind in Borderlands und in Borderlands Universe immer geil. Das haben wir dem Dragonlord zu verdanken. Der Dragonlord! Verdammt, um den kümmern wir uns später. Der Dragonlord. Die Untoten haben... Und ja, man klingt nun still gegen den Dragonlord. Sieht dann keiner wie... Die�� Vielen Dank.